Wie Sie aus eigener Kraft im Internet bekannt werden wie ein bunter Hund. Besucher, Besucher, Besucher. Das ist es, was Sie als Webshop-Betreiber am nötigsten brauchen. Denn ohne Besucher kommt kein Geld in Ihre Kasse. Fehlen Ihnen Besucher? Da müssen Sie alles daran setzen, um Ihre Bekanntheit im Internet zu steigern. Mein Ratgeber ist ein praktischer Leitfaden, wie Sie Ihren Bekanntheitsgrad im Web steigern können. Und zwar rasch eigenhändig, ohne Spezialkenntnisse und nahezu kostenlos. Ganz ohne teure Suchmaschinen-Guru werden Sie aus eigener Kraft zum Stadtgespräch im Internet. Denn Sie werden quasi an jeder Ecke zu finden sein. Dadurch werden sich wahre Besucherströme zu Ihrem Webshop aufmachen. Dieses fantastische Resultat schaffen Sie ganz allein. Denn ich erkläre Ihnen jeden Schritt leicht verständlich und ohne Fachchinesisch. Bekannt werden wie ein bunter Hund im Internet. Hilft Ihnen schnell, Ihre fehlenden Besucher auf Ihrer Webseite zu lotsen. Veränderung. Janekazar Katar